Heyo Leute, willkommen zurück bei XCOM Enemy Unknown. Ja, wie werden wir uns mal positionieren, würde ich behaupten. Wir haben Willi, einen Scharfschützen. Ähm, wo haben wir den? Ja, es ist okay. Meinetwegen Feldpostenpistole. Ja, die Pistole. So, Kaliber. Kaliber schick ich mal hier hin. Okay, du bist mit der Sache hier. Was bloß eine Deckung ist, ist merkwürdig. Gut. Zivisor. Nee, du nicht hier hin. Rexa, hier hin. Feldposten. Sarsitor. Boah. Als extrem wenig Trefferpunkte, stell ich grad fest. Und Zivisor wird mal irgendwo hierhin gehen oder so. Pff. Ja. Feldposten. Ungünstig. So wechselt das mal mit die Waffe. So, dann hoff ich mal. Äh, kleinen Moment, Leute. So, dann hoff ich mal was. Und zwar machen wir Feldposten. Du nicht. Das ist ein Wehr wieder, okay. Yep. Yep. Okay. Und los. Okay. Keiner hier? Okay. Verposten. Merkwürdig. Immer noch keiner hier. Gut, ich will nur einen Schritt voran. Okay. 3 Trefferpunkte. Was ist denn das für eine Leistung? Sind es 2 oder was? Nur 3 Trefferpunkte ist krass. Geht das bestimmt gar nicht. Ja, da war mit klar. Ja, da war mit klar. Ja, da war mit klar. Bin ich mal gespannt, wie schießt du. Auch daneben. Ach, daneben. Okay, ich will gleich. Ja, da ist ein bisschen mehr. Ach, nee. Und da- Ich will mich nicht mehr machen. Ich will auch mal ver- Ich will mich mal hier hin- Seel fliegt in die Luft! Seel steht noch! Ist alles okay erst mal. Du gehst hier hin. Ah, fuck. Ne, du musst eh zu weit weg. Hau ab hier. So. Und zwar werden wir dir... ... ein Deckungsfeuer geben. Und hoffen damit, dass er wieder gehalten bleibt. So. Wo konntest du hingehen? Ohne Probleme. Nicht so weit. Machst du den Feldposten? Feldposten. Feldposten. Gut, dadurch hat er Schaden bekommen. Glaubt ihr noch weiter? Ne, wollte grad sagen. Hat mich schon gewundert. Gut. Den Schaden hat er bekommen. Das wollte ich. Jetzt probieren wir mal. Doppelter Treffer. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Einen kleinen Treffer könnten wir noch wagen. Das war mit dir, Willi. Du solltest den eigentlich nicht töten. Aber ist okay. Okay. Folgt dem betäuben. Mit dem hier. Ist okay. Wir haben noch einen Motor über euch. Gut. Und das für diese Aktion würde ich mal sagen... Ähm. Das Ding, die wir noch haben. Können wir jetzt erstmal... In... Feldposten Stellung begeben lassen. Das sind drei? Wie viel sind das denn bitteschön? Wie viel sind das denn bitteschön? Okay. Jetzt macht's viel Spaß langsam. Der eine hat sechs Schadenspunkte bekommen. Spaß wird's auch in die Granaten schmeißen. Bei so vielen Leuten... nicht unbedingt so spaßig hier. 48... 32... Gott. Geh du erstmal zurück. 24% jetzt nur noch. Dann mach Feldposten. CC Tor. 49%. Yes. Den hat er getroffen. Okay. Natürlich... Kein. Das ist so geil. Hier einen Sita. Und mit dem macht er schon mal das hier. Finde ich geil, dass du dieses Wagen so zerstörst, dass das höchstwahrscheinlich... alles kaputt gehen wird. So jetzt häufig auf dein... 300%-Gräffer. Doppelte Portion. Ich fühl mich ehrlich gesagt nicht mehr sicher hier. Ähm... Ich will fast sagen, ich mach hier ein bisschen den Sport. Ich will fast sagen, ich mach hier ein bisschen den Sport. Ich will fast sagen, ich mach hier ein bisschen den Sport. So der ist erstmal blockiert. Ja, das war klar. Bekommt er extra natürlich den Scharn. Äh... Ich will auch nicht das wagen. 35. Gucken wir mal, wie sieht es in unserem Scharfschätzen aus. Du hast kein freies Sichtfeld. Sehe ich das richtig? So, doppelte Portion. Pff... Hey Post. 43%. Aber keine leere Waffe super. 9%, 20% kritisch. Ich will maximal Gun & Run einsetzen. warum was zu bringen so kann es nicht verfügbar Feldposten ich glaube aber nicht dass sich er bewegt maximal andere kann ich beim Feldposten anlegen der wird hier angreifen da ist er sicher genug oooh ok wir positionieren uns um du rennst mal hier hin so und kann ich mit dir nur machen ganz ähm und jetzt mal hier hinten Feldposten Feldposten ... ... ... am liebsten würde ich den auch nicht direktes Sichtfeld geben was so der soll sich bewegen genau kill bestätigt still habt ihr was gehört ... ... den haben wir noch höre ich gerade ... ... ... ... ... ruhig ... 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 ja klar ist logisch wo bleibt die granate weil es heute mal kurz habe ich gerade gesagt wo bleibt die granate werden wir brauchen so wie weit kommst du mit einer rakete schuss blockiert schuss blockiert schuss blockiert da brauchen wir sagen mal die rakete und dann kann man nicht schießen weil die überall blockiert wird ich fasse es nicht so jetzt müssen wir mal strategisch gehen 15 Prozent 15 Prozent 45 Prozent dieses kleine Alien na super vielleicht können wir das wenigstens platt machen 38 38 68 38 ist klar Feldposten 65 95 65 65 100 ich kann nicht die Demo realisieren indem ich genug Leute von denen umbringe doppelte portion aktiv 65 23 okay du brauchst den Feldposten auf 4% Ich bräuchte einen Gun-and-Run-Mode Gun-and-Run würde mir aber die Gefahr geben Dass ich Zu nah an ihm bin Deswegen baust du auch nur einen Feldposten auf Genauso wie du nur einen Feldposten aufbaust Bin mal gespannt wohin der Blasacke geht Find's geil dass du auf den schießt Weil der eindeutig am wenigsten zu treffen ist Oha Den würde ich gern noch mal ein bisschen behalten So wie ich es mir gedacht hab 38% So nein Kaliber 95% 65 65 Ich bin gut geschützt Leute Ich guck mal weiter Sie zieht sie Tor Ja ok Gehen wir hier So du ziehst dich mal zurück Was meinetwegen noch ein Feldposten So Zivisor Und baut auch ein Feldposten hier auf Ähm Kaliber Kaliber Und zwar probieren wir die Kumpan Sehr gut Ähm Hast du nicht noch einen Freischuss? Pfff Pfff Ok So du brauchst auch nur einen Feldposten auf Ok Und du wirst mal kurz gehalten Ganz ruhig Soldat Du brauchst ein Feldposten auf Ok 65 Doppelte Portion aktiviert Und nochmal probieren Verdammt Reicht nicht aus Negativ Schaden Ja Ja Dich da hin zu senden wäre ganz cool Aber Sinds Mutan Doch eher Was anderes als Problem dann So ok Feldposten Ist aber vielleicht nicht die cleverste gewesen Muss ich zugeben So aber du gehst mal Bis hier hin Ähm Feldposten Ne Raketenstart Gucken ob der andere eingeschüchtert wird dadurch Ok 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 So Jetzt ist die große Frage Wie weit kann der Kompanielo da gehen? Und dich würde ich gar nicht verlieren Deswegen brauchen wir irgendeine Der noch Feldposten Kannst du noch? Wollte grad sagen Du hast Doppelte Portionen Du kannst noch beides laufen Dann lauf du hier hin Mach den Feldposten Er wird sich nicht bewegen solange der Feldposten aktiv ist Genauso du brauchst den Feldposten auf Ja Immer wieder diese KI Ist überrechenbar Ja Immer wieder diese KI Ist überrechenbar Ciao Ciao Ja